Und damit willkommen zurück zu Alone in the Dark, wo wir in diesem tollen Gebäude aufgehört haben, mit diesem Treppenhaus, was ja gar keinen Sinn macht. Und ich glaube, hinter dieser Tür gibt es eine kleine Überraschung für uns. Schauen wir doch mal rein. Oh, Servus. Geh wieder weg. Sag das nicht. Du brauchst meine Hilfe. Alles, was ich wollte, war, Leute von Dorsetto fernzuhalten. Vor allem dich, Emily. Du bist die einzige Verwandte, die mir vergeben hat, dass ich das Alter wählte statt dem Tod. Vater sorgt sich um dich. Er bezahlt für deine Behandlung in Dorsetto. Um mich loszuwerden! Das ist der einzige Grund, warum jemand in Dorsetto ist. Weil wir für jemanden in der Familie zu peinlich geworden sind. Lass mich dir hier raushelfen, Jeremy. Ich will dich von hier fortbringen. Dein Vater schickt mich nur zurück. Und wenn wir nach Norden gehen? Nach Kingsport. Mutter hat dort noch Familie und ich will schon seit einer ganzen Weile dort hinziehen. In Massachusetts war ich seit Jahren nicht mehr. Ich male noch aus dem Gedächtnis, weißt du? Der alte Leuchtturm ist ein schönes Motiv. Dein Vater und ich waren fast jeden Sommer da. Als dann unser Großonkel starb, hörten wir damit auf. Was können wir gegen den Schattenmann tun? Er hält dich hier fest, oder? Du willst nicht gehen, ohne deine Schuld zu begleichen. Der Schattenmann ist seit meinem zwölften Lebensjahr bei mir. Er stand auf dieser Bühne, gleich da drüben. Für einen Moment schaute er zu mir und es war geschehen. Ich erkannte ihn als das, was er war. Der Hartwut flog in einem Körper aus Fleisch. Ich dachte, ich wäre dran. Aber er verspottete mich bloß. Stattdessen widmete er sich meinem Vater, der neben mir saß. Ich sah ihn an und sah sein Gesicht. So weiß und leichenblass hatte ich ihn noch nie gesehen. In der Nacht, bis er seine Zunge abunterstickte. Was können wir tun, Jeremy? Bitte. Es gibt einen Weg. Es gibt sogar zwei. Beide sind furchtbar. Ein geschriebener Vertrag liegt nun vergraben in seinem versunkenen Tempel. Weißt du noch, was darin stand? Ich will es nicht. Bitte, Jeremy. Was stand in dem Vertrag? Nein, niemals. Wir dürfen nur Orlins nicht dem Leid überlassen. Ich muss eben dieses Opfer bringen. Was meinst du denn damit? Geht es um das Ding aus dem Bayou? Juan sagte so etwas... Aaaaaah! Einerseits ist es vermutlich irgendwie Heldenhaft, was er hier... Er hat also einen Weg, den Pakt zu brechen. Er ist irgendwo im Tempel des Schattenmannes versteckt. Er hat jetzt doch... Er hat jetzt nur gesagt, dass da ein geschriebener Vertrag drin ist. Gut, über den Vertrag könnte ich wahrscheinlich aber da irgendwie einen Weg rauskriegen, aber... Das, was er eher macht, ist... Wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, ja eigentlich gut, um Neolands zu retten? So, was haben wir hier? Keine Ahnung. Okay. Achso. Eine 2. Keine Ahnung, was das in der Mitte ist. Das sind wieder die Symbole. Also die 2, ein M und so eine Art X. 2, M und eine Art X. Das bringt mir... 2, M und eine Art X. 2, M und eine Art X. 2, M und eine Art X. Wir müssen nochmal in diese einen Hinweise da reingucken. Ermittlung. Wo war das? War das hier? Also ne... 2... Das wäre dann... 1, 2, 3, 4, 5... 5, 6, 7... War das dieses M oder dieses M? Naja, schwer zu sagen. So, das ist... Schauen wir nochmal rein in die Hinweise. Äh, Ermittlung. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Sagen wir mal 8. 2, 8... Und ein X. Ach nee, war halt dabei. 2, 3, 4... Das wäre der 5, 8... 2. Glaube ich. 5, 8 und 2. War es nicht. Dann ist vermutlich... die 8 falsch. Schaut mal die 8 kurz durch. Nee. Hm. Wenn wir hier die 5 machen... Und da die 2. Das ist auch nicht. Ah. 2, 5, 8. 2, 5, 8. Okay. Stuhl. Und Schüssel. Da. Ähm. Oder... Einfach wieder den Raum... Oder hier? Hier durch? Nee. Ah. Oder vielleicht hier durch. Hm. 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 Aber wenn es jetzt so seine Domäne ist... Wird er doch garantiert da auch sein. Das Licht könnte jetzt ein bisschen heller sein. Oh, geil. Das sieht geil aus. Wir haben gerade mal ein Foto. Ob das noch irgendwie aufgelistet wird, was... Ägypten und V.O. damit zu tun hat? Aber eigentlich kann man damit richtig gut rumreisen und Urlaub machen. Theoretisch, ne? Gesellschaft ist halt nicht immer die geilste, aber... Naja. Hat es Munition oder sowas in der Art? Gehen wir zuerst in das Lager da runter. Gehen wir nach. Yes. Na? Seil. Okay. Jenseits des Niltals. Der Tempel von Nefren K. liegt unter unserem Lager. Diese unheilige Stätte ist nicht eingestürzt. Und das trotz aller gegenteiliger Bemühungen. Aber sie ist im Sand versunken. Der Pharao ist schon lange tot und sein Name wurde methodisch aus allen alten Schriften getilgt. Aber diese Stätte des Blutes und des Schreckens, die gibt es immer noch. Der Tempel soll lichtlos sein, erbaut, um all die Schrecken der Finsternis zu beherbergen, die in diesem Universum umgehen. Durch das Anrufen der Götter wurde eine Brücke zwischen unserer Welt und der ihren geschaffen. Der schreckliche Aldebaran von Taurus, die schwarze Sonne, wurde als der wichtigste Stern im Nachthimmel angesehen. Denn laut dem Kitab al-Asif war dies der Ursprung des kriechenden Chaos, das man Nialatotep nennt. Angeblich konnten die Priester mit uralten Mechanismen Schächte öffnen, die wiederum das Licht bündelten, das von dem seltsamen Stein namens Leuchtender Trapezoede ausging. Wenn sich die Lichtstrahlen über der Statue des dunklen Mannes vereinigten, wurden sie durchs All in Richtung schwarzer Sonne geschickt. Eine Botschaft an die Götter. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, welche Gaben den Kultisten dafür gewährt wurden. Aber man geht oft von dunklen Blutpakten aus. Dunkle Wunder im Austausch für Seelen. Okay, also das ist eine Art Gefängnis für die bösen Jungs. Was irgendwie geöffnet worden ist. Wenn ich mir das so interpretieren kann. Okay. Tut sie mir was? Ja, will ich auch hoffen. Okay, wir tun mal die ganzen Waffen durchladen. Gut, ähm. Was ist denn hier? Achso. Okay. Ich will da nicht rein. Oh ne, das sieht noch litzel aus. Was ist denn jetzt weg? Das ist das Sternbild des Stiers. Der große Stern ist Aldebar. Ich habe das in einem Traum gesehen, aber als eine flache Grube voll Dunkelheit. Der Vertrag ist auf jeden Fall hier verborgen. Aber wie komme ich da ran? Ja, ich frage mich nur. Da kann mich erst mal nix damit machen. Da leuchtet's. Gut, da passiert nix. Na, was haben wir hier? Kanopi. Öffnen. Okay. Hier rein? Nee. Gut. Weiß zu. Was haben wir hier? Nix. Was willst du? Was ich tue? Warte mal. Das bringt auch nichts. Es leuchtet, aber es reagiert nicht. Ich bin ein bisschen überfracht. Hier ist auch noch was. Also da waren wir schon. Ah. Wow. Scheiße, wie hier tut mir ja doch was. Okay, wir kommen jetzt ein bisschen weiter. Okay. Es wäre auch irgendwie komisch, wenn wir hier drinnen Munition finden. Na, Überraschungen? Wir hätten, dass die von da kommen. Ja, es fehlt wieder was. Hm, vielleicht ist der. Aha. Muss ich da jetzt noch irgendwie was machen? Ach, der ist da. Ausrichten. Schon cool. Also muss man ihn lassen. Die Umgebung ist ein Abwechslungsreich. Gehen wir mal nach oben, nach vorne, nach links. Gehen wir fürs erste Mal nach vorne. So, geht's weiter. Von wo? Noch mehr? Okay. Oh. Noch eine Giste. Es ist endlich mal was drin. Nein. Okay, dicht. Das war's. Umschalter. Ehe, auswählen. Achso, nee. Da muss noch was rein. Gut. Was würde das Spiel tun, wenn ich... Keine Minute so mehr hätte, wenn ich so nicht wehren kann. Ich finde die Geräusche ein bisschen uncool. Oh, da geht's weiter. Na, haben wir eine Überraschung da hinten. Oh. Und doch. Das Ding kann ich nicht nehmen. Ich will hier gar nicht hin. Kinder der dunklen Sonne. War das Lesen? Nee. Hab ich nicht ne Waffe? Ja, ich hab ne Waffe. So könnte ich mich also wehren. Wieder nix drin. Ja, weiß jetzt auch nicht. Ich kann nicht bewegen. Wer war das? Von wo? Wo? Alter. Wo bist du? Wo? Komm jetzt her. Alla. So. Machen wir das nochmal. Ah. Ah. Was genau habe ich jetzt damit? Wir gehen mal da hinten hin. Das war oben, oder? Ne, da war ja nur das da. Oh, was haben wir hier Schönes? Schlange. Jetzt mal was drin? Nein. Achso. Noch eine Waffe. Das macht keinen Sinn, das kaputt zu machen. Wir holen es mal mit dem. Oh, das funktioniert. So, Schatulle. Wie da einfach nie was drin ist. Ähm, ja komm. Mach mal an. Ähm. Keine Ahnung wohin. Wir drehen jetzt einfach mal. Äh? Ach so. Okay. Na dann. Ciao. Dann könnten wir mal. Hattest du ne Linse drin? Was kann ich bei dir bewirken? Äh? Warum kann ich nicht wechseln? Ja, dann halt nicht. Dann nehmen wir den oben. Ah. Okay. Äh. Äh. Und die Dinger sind nicht empfindlich. Äh. Ich glaube ich da ist am schnellsten da runter. Und ich über den alten Weg hier. Okay. Und dann brauche ich mal. Jetzt sind ne Nervenpause. Solche Spiele sparen mich echt extrem an. Na toll. Haben wir noch die Waffe hier? Ah. Wisst ihr was? Ich speichere mal ganz kurz. So. So. Oh, hallo. So, schnell weg. Schnell weg. Weg, weg. Jetzt geh weg. Geh weg, verdammt. Die Steuerung. Boah, dann gehen wir gerade mal direkt zur Schrotze. Gut. Das war das. Jetzt hab ich nicht mehr so viel Munition. Ja, mal da rauf. Oh ja. Voll. Äh. Aber hä? Warum sagst du mir, ich bin voll? Ich hab doch kein... Irgendwas ist gerade buggy. Ja, toll. Ähm. So, mal hier. Er lässt mich keine nehmen. Sag mal. Wollt ihr mich? Nee. Nicht jetzt. Okay. So, mal kurz speichern. So. Und dann werde ich mal ganz kurz das Spiel durchstarten. Weil das, glaube ich, ist jetzt gerade ein Bug. Weil er lässt mich da keine Axt mehr aufnehmen. Also liebe Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, so. Da bin ich wieder. Ich hab reingeladen. Und siehe da, auf einmal hatte ich meine Waffe wieder. Ja. Na gut. Wollen wir dem Spiel mal verzeihen. Wirklich viele Bugs gab's ja bis jetzt nicht. Na, ist diesmal was drin? Nein. Nie ist was drin. So. Moment, da war was. Ähm. Da durch. Scheint richtig zu sein. Schon geil mit den Spiegeln. Ja. Nois. So. Einmal mitnehmen. Dankeschön. So. Und jetzt würde ich mal die Waffe tauschen. Kann ich nicht. Ja. Und jetzt. So. Mal auf seinen Schädel rauf. Das wäre jetzt so das. Was ich als nächstes machen würde. Nee. Nee. Komm jetzt. Dummdi 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 dumm. Eine Rundreise hier. Na komm. So schlimm ist es nicht. Wir waren schon bei schlimmeren Orten. Ich bin ja irgendwie froh, dass in dem Tempel nicht so viel los ist. Denn es ist ja so ein bisschen die Ausgeburt der Hölle ja hier sein soll. Gut. Andererseits habe ich es jetzt gesagt. Jetzt werde ich dann vermutlich entsprechend, wenn die wir auch schnell dann kriegen. So. Wo war das? Hier war das. Achso. Da ist ja schon was drin. Oh. Dann müssen wir das da oben anleuchten, damit wir da runter kommen. Ich habe keine Ahnung. Komm ich da auch wieder zurück? Ja. Vielleicht müssen wir da hier seine Krone ja auch anleuchten. Naja. Dann der in der Mitte. Gut. Fehlt noch einer. Ich meine, das mit so Spiegel und so, da hat man ja früher ja wirklich gemacht. Um diverse Räume zu beleuchten. So. Ich höre schon wieder Fledermäuse. Die, glaube ich, werden wir dann gleich weglasern, wenn es geht. Oder ist es einfach nur das Ding da? Ich sollte besser da runter. War eine gute Idee. So. Dann. Abmarsch. Lauf. Ja, was du nicht sagst. Ich habe keine Kugeln mehr. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Wir brauchen da jetzt noch mehr. Keine Ahnung. Ich muss auch gar nicht wissen. Okay. Dolch? Ist es der Vertrag? Erkennt psychologisches Trauma, durchbrecht die Wände der Selbsttäuschung, zügelt manisches Verhalten. Ist er das? Ist das der Vertrag? Hat sich aber nicht wie ein Vertrag gelesen. Oh, Jeremy. Wie viel Schmerz und Leid du hättest verhindern können. Emily? Was tun Sie da? Detective? Wie läuft denn Ihre Ermittlung? Ich weiß noch nicht, wo Jeremy ist, aber ich ahne, warum er sich versteckt. Hier ist alles voller Verrückter, die heute Abend ein Ritual planen. Das klingt lächerlich. Zumindest hätte es das gestern noch. Es kommt noch schlimmer. Ich bin mir recht sicher, dass Sie alle umgebracht haben, die nicht mitmachen wollten. Detective, haben Sie vielleicht heute Monster gesehen? Ich sagte doch, Sie haben Leute getötet. Borga, die Autorin, Perose, die Sängerin, Mr. Waits, der Buchhalter, Mr. Chance, der Gärtner, alle verschwunden. Nein, nicht das. Haben Sie heute auf jemanden geschossen? Natürlich nicht. Sie würden keine Außenseiter töten. Zu viel Aufmerksamkeit. Aber Sie sollten wachsam sein. Sie haben nichts Seltsames gesehen. Waren irgendwo anders? Was wollen Sie mir sagen, Emily? Sind Sie in Gefahr? Fahren wir zurück nach New Orleans. Ich habe genug Hinweise, glaube ich, damit zumindest die Polizei nachforscht. Nein, schon gut. Danke, Detective. Ich finde Ihren Onkel, Miss Hartwood. Passen Sie auf sich auf. Also, seine Timeline wird mich ja schon interessieren, wie seine Sicht aus dem Ganzen ist. Da muss ich öffnen. Da sieht man jetzt nicht sehr viel. Die Wissenschaft der Medizin bringt mich nicht weiter. Es gibt nichts, was der Hartwoodfluch aufheben kann. Nur der Opferdolch kann die Verzweiflung aus Jacobs Auge entfernen. Aber diese Tat würde den Untergang von der Setu bedeuten. Möge mein Fluch ausnahmsweise zu einer Waffe werden. Ich gebe deinen Forderungen nach. Tischen des Chaos. Errichtet ein Gefängnis. Das ist gottverlassene Hospital. Wenn das Böse verhungert ist. Ja, ich weiß halt nach wie vor nicht, ob das so gut ist, dass wir aus dem Fluch brechen. Das klingt ja eigentlich ganz gut, was er da machen will. Weil die Typen da in der Setu irgendeinen Scheiß bauen. So wie ich das verstehe. Hier ist der. Geht nix drin. Oh, ich weiß, wo wir sind. Und er ist zu. Ähm. Was genau müssen wir jetzt machen? Ziele. Irgendwie sagt der Grace Peru einen finden heraus, was er weiß. Okay. Es wird langsam wieder draußen. Jut, ähm. Ist sie offen? Wenn wir nur Jeremy loswerden können, wird alles wieder normal. Wo du es sagst. Ich hab Miss Emily gesehen. Erinnerst du dich? Sie ist Jeremy's Nächte. Sie sucht nach ihm. Genau. Sie hilft uns. Auf ihre Art. Solange sie uns nicht im Weg steht und der Mutter der tausend Jungen. Davon weiß sie nichts und es kümmert sie nicht. Sie will nur zu Jeremy. Ich mach mir eher Sorgen wegen diesem Kornbildtypen. Er schnüffelt herum und stellt alle möglichen Fragen. Es tut weh. Ich wünsch dir, du würdest das lassen. Das ist echt gruselig. Gut. Jetzt müssen wir wenigstens ein bisschen mehr. Ist er zu? Ja. Äh. Wie komme ich jetzt am schnellsten in das Büro? Dort hoch vielleicht? Nicht, dass er irgendwie schlimmer aus. Äh. Keine Ahnung. Es ist versperrt. Ich will den Pflegern jetzt nicht in die Arme laufen. Ich sollte einen anderen Weg finden. Was? Bitte nicht stören. Ja. Gut. Dann gibt es noch den Weg draußen. Äh. Äh. Da ist was. Wahnsinn. Die Astartik Künstlerkolonie. Wahnsinn. Und die Astart Künstlerkolonie. Eine Monografie von Yael Klein. Anfang 1909 wurde die alte Villa de Cedo außerhalb von New Orleans in eine Künstlerkolonie umgewidmet. Drei berühmte europäische Künstler mieteten das Haus und das umliegende Land von den Besitzern der Familie Ledoux. Die Kolonie wurde in erster Linie von Sebastian Cortes geleitet, der von seinen Gleichgesinnten William Arges und Heinrich Kassel liebevoll der Kapitän genannt wurde. Die Kolonie bestand sechs Jahre lang. Bis eines Tages alle zwölf Mitglieder ohne Spur verschwanden. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass ihr Verschwinden mit einem zerstörerischen Hurricane zusammenhing, der am 29. September 1915 die Region heimsuchte. Aber es gibt keine klaren Hinweise, die diese Annahme unterfüttern. Klar belegt es dafür ihre häufige Teilnahme am Nachtleben von New Orleans, ihre Begeisterung am Geben von Feiern und ihre ausufernden Beiträge zu den Madi Grah Paraden als die Piraten von Pontchartrain. Berichte über ihre Lebensweise finden sich in nahezu allen Klatschschwalten. Insgesamt könnte man sie als sorglos und unkonventionell beschreiben. Ende Juni 1909 erschien der Name Astart das erste Mal in den Zeitungen. Cortes sagte, der Name wäre ihm beim Malen in den Sinn gekommen. Es gibt keine Erwähnung, dass er vorher von der antiken phönizischen Fruchtbarkeitsgottheit wusste, die den gleichen Namen trug. Sein Mitkolonist Heinrich Kassel wusste aber von der Verbindung, weil er später Skulpturen schuf, die eindeutig Anspielungen auf uralte Idole der Gottheit waren. Es ist unmöglich nachzuvollziehen, wie der Name so plötzlich ins Spiel kam. Aber er ist aufgrund von De Settos Geschichte besonders interessant. Selbst der Name De Settos ist der einer syrischen Fruchtbarkeitsgöttin. Hm. Okay. Abspielen. Abspielen? Der Plantage lag mit Sicherheit kein Versehen vor. Wir wissen, dass Elia Pickford einen Tempel für den Kult bauen wollte, für den er zwei Jahre vor Kauf des Landes schon Flugblätter verteilt hatte, in denen er seine Absichten kundtat. Man schätzte seine Anhänger auf fast hundert Männer und Frauen, vor allem Seeleute, Gestrandete und Kahuns, als das Anwesen gebaut wurde. Für Außenstehende wurde De Settos als eine von Sklaven bewirtschaftete Plantage gemeldet, was es Pickford und seiner Gemeinde erlaubte, jahrzehntelang unbemerkt zu wirken. Die offizielle Version der Geschichte ist, dass der Kult bis 1862 Bestand hatte, als die Unionsarmee vorbeizog, die Plantage niederbrannte und alle vertrieb, die dort lebten. Nach dem Bürgerkrieg versammelten sich neue Leute in den Ruinen von De Settos, um eine neue Fruchtbarkeitsgöttin zu erfinden, die Shub-Nigorat. Obwohl De Settos ein ungewöhnlicher Name sein mag, von dem nur wenige gehört haben, ist er doch in gebildeten Kreisen nicht unbekannt. Astat ist ebenfalls bekannt und mag von belesenen Künstlern auch unbewusst ausgewählt worden sein. Shub-Nigorat jedoch ist ungewöhnlich. Es ist nahezu unmöglich, dass jemand in Dossiena diesen Namen schon mal gehört haben sollte. Der Name wird nur in sehr seltenen Bücher die unaussprechlichen Kulten und dem Necronomikon erwähnt. Und man geht davon aus, dass es verschliffenes Arabisch ist und zu den dunklen Jungen gehörig bedeutet. Die wenigen zu der Göttin abgedruckten Absätze sind so verstörend, dass niemand bei geistiger Gesundheit jemals eine Religion auf diesen Grundlagen aufbauen wollen würde. Der Kult der Shub-Nigorat war schwer zu vertreiben, aber man geht davon aus, dass der Hauptschuldige am Untergang des Kultes trotz der steten Verhaftungen und der Tötungen mehrerer Kultisten über die Jahre der Kult selbst war. Was sich gut in die Reihe aller Kultaktivitäten auf Dessertos Gelände einfügt. Als Hauptmann J.W. Norton der Unionsarmee dort eintraf, beschrieb er die Menschen in Desserto als Mangel ernährt und besessen. So sehr die Armee sich auch bemühte, sie zu retten, sie wehrten sich dennoch entschlossen dagegen. Als könnte sie nichts davon abhalten, sich selbst zu zerstören. Obwohl das Verschwinden der Astat-Künstler-Kolonie ein Rätsel bleibt, scheint das wiederkehrende Motiv anzudeuten, dass ihr Schicksal mit Wahnsinn und einem Hunger nach der Selbstopferung im Namen der Fruchtbarkeitsgöttin mit den Tausend Namen verflochten ist. Wenn es Die Pfleger Batiste und Lottie waren ebenfalls zurück in The Saddle. Wie Bruchstücke von Emilies Vergangenheit, die sie heimsuchten. Sie konnte nicht... Mr. Waits muss einen Ersatzschlüssel für Dr. Ich brauche den Schlüssel. Ich kenne die Kombination nicht. Moment, vielleicht kenne ich sie du. Ich bin ein Ersatzschlüssel. Ich bin ein Ersatzschlüssel. Ich bin ein Ersatzschlüssel. Ich sollte mich wohl daran machen, den Pakt mit dem Schattenmann zu brechen. Nur so kann ich Jeremy retten. Gut, dass ich immer noch den Talisman habe. Ich habe da so ein Gefühl, dass ich den brauchen werde. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis dann, euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.